er was war der hier ist der sauerkraut 700 und heute gibt es ein neues Video vor der ersten 3 und zwar mit Porsche 28 GTS und zwar wird für die ein Tuning gemacht ein Tuning habe ich angefangen das wird dann später veröffentlicht das ist noch nicht so ganz perfekt das muss ich erst ausbessern aber ein Design habe ich erstellt so ein bisschen auf Rennsport so eher schlichteres Design ich meine da wären vielleicht noch andere gekommen vielleicht weil es ist nicht so mein Lieblings Porsche muss man ehrlich sagen das Design habe ich gemacht ja geht es euch ab sofort herunterladen wenn ihr wollt und ja das war es eigentlich einmal mit Design Tuning muss ich noch ein bisschen überarbeiten oh ein Auto ein Auto ein Lüscher 11 so und jetzt schnell auf die andere Spur aber ja jetzt ist schon verdammt geil also weil ich habe nämlich da jetzt nicht ein Vollaufbau gemacht sondern nur ein Leistungsindex von 800 also gerade in der A-Klasse jetzt fahren wir mal zurück fahren wir einfach mal A-Rennen das sollte nur ein gutes Video sein einfach nur dass ich ankündige dass ich ein nächstes ein habe also nur eigentlich eine Design Ankündigung und vielleicht sogar Tuning vielleicht entscheide ich mich dass wir das Tuning auch veröffentlichen oder vielleicht die Seeschauer außen wenn sie es wieder seht kann natürlich sein und das Design kann minimal abweichen also bitte bringt es mir nicht um wenn es nicht genauso ausschaut vielleicht habe ich es nämlich abgeändert auch ein Foto vergesse ich jedes Mal oho rückwärts ok leider keins wurscht ein paar Fotos haben wir angeräumt auch vergessen zu sauten da ist Tuning werde noch verbessern also da muss man sich noch was eifern lassen bist du komplett irre Mercedes SLS weg ein Porsche möchte vorbei so ah ja jetzt kommen auch öfters Videos von mir dass ich das einmal sage weil ich bin jetzt mit der Grundausbildung fertig und jetzt kommen wir jeden Tag an allerdings wird es die Videos erst so am am Nachmittag frühestens sehen also sagen wir so 1730 ist ah verdammt ist die Uhrzeit die Neue und nicht vergessen nächsten Dienstag ist wieder vor so tun also das geben du kennst glaube ich 6 ja fix ich glaube 6 Elemente da kommen es dort wenn man nicht schon in der Garage hat sonst geht es verkaufen ums der Geld weil er nämlich bis sie das video also wenn es immer ferien ob so da was sie geht es nicht schon lange feuer um ich mache das video erst später so vor mal schneller überholen wir den anderen keine chance davon sind heute nur neuer die hohe heute keine chance Hexen sind wir auch im Motortausch. Aber das will ich ja nicht machen. Aber er fährt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Also man kann richtig froh aufs Gas steigen. Ich meine, dass er jetzt noch besser Grip hat, kann man natürlich die Rennreifen draufziehen. Allerdings steigt dann der Leistungsindex an und es rentiert sich dann nicht mehr so wirklich. Jawohl, zweiter. Ja, kommen wir mal los. Also das Tuning werde ich noch verfeinern, vielleicht ist es schon raus, wenn ja, kriegst du es eh mit relativ schnell. Es sucht es einfach, aber ich glaube der Einsturm auf den Porsche ist ja nicht so wirklich groß jetzt. Weil mir persönlich gefällt er wirklich nicht und er hat auch nichts Besonderes zum Tunen, also das ist so wieder. Ja gut, also dann hätte ich gesagt, du weißt das mit dem kurzen Informationsvideo. Also das ist ein Kind, schon überladen. Kann natürlich ein bisschen minimal abschneiden, also abweichen von dem, was ich euch jetzt gesagt habe. Das hat aber nur einen Grund, dass ich später draufgekommen bin, dass es anders noch besser ausschaut. Ja, passt. Wenn es euch das Design gefällt, lasst ein Like da. Abonniert uns an unseren Channel. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.